Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich bei deinem Fahrrad so eine Kurbel mit der entsprechenden Kurbelgarnitur bei einem Vierkant-Drehtlager richtig wechseln kannst. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Falls vorhanden, müssen wir erst einmal die Schutzkappe bei unserer Kurbel hier unten wegmachen. Hierfür am besten mal einen dünnen Schlitzschraubendreher mit diesem hier oben leicht reinhebeln und dann löst sich diese auch schon. Danach den entsprechenden Schlüssel, bei mir ist es ein Imbusschlüssel, hier einmal an der Kurbelbefestigungsschraube ansetzen, sodass ich diesen hier nehmen kann und gleichzeitig auch noch hier bei meiner Kurbel etwas dagegen drücken kann. Denn so lässt sich das Ganze gegen den Uhrzeigersinn am leichtesten lösen und diese schraube ich jetzt einmal auf. Die Schraube ist locker und diese lege ich jetzt einfach mal auf die Seite. Als nächstes benötigen wir diesen speziellen Kurbelabzieher. Hierfür den Dorn in der Mitte einmal ganz hinausdrehen und dann können wir den Kurbelabzieher auch schon in das entsprechende Gewinde hineindrehen. Hierfür davor noch etwas spezielles Gewindefett auf den Kurbelabzieher draufgeben. Ist jetzt auch schon geschehen. Und dann drehe ich diesen einmal per Hand zuerst im Uhrzeigersinn rein und schaue aber auch, dass das Gewinde hier vorne wirklich ganz drinnen ist. Im Notfall kann ich auch nochmal mit dem entsprechenden Schlüssel hier hinten etwas nachziehen. Der Kurbelabzieher ist jetzt ganz drinnen. Das ist wichtig, dass das Gewinde hier vorne nicht ausbrechen kann. Dann wieder mit dem entsprechenden Inbusschlüssel hier vorne ansetzen und nun wieder im Uhrzeigersinn schauen, dass wir diesen Dorn hier etwas rein drinnen können. Bei mir ist das jetzt schon geschehen. Ich weiß aber auch, dass es Fahrradmodelle gibt. Wenn die schon älter sind, dann geht das hier wirklich sehr schwer. Hierfür kann man aber auch im Notfall noch vielleicht einen Gummihammer hernehmen, das Pedal hier festhalten und dann mit leichten Schlägen probieren, den Dorn hier leicht rein zu drücken. Doch immer darauf auspassen, dass man nicht zu hart macht, sonst geht das Ganze natürlich kaputt. Wenn das alles mal locker ist, kann man den Dorn normalerweise auch per Hand noch rein drinnen. Und schon kann ich meine Kurbel mit dem entsprechenden Pedal hier einfach herunterziehen. Nun muss ich natürlich den Kurbelabzieher hier wieder raustun und auf der anderen Seite genau dasselbe machen. Zuerst die Schutzkappe wieder entfernen, dann unsere Schraube hier wieder lose machen und anschließend entnehmen. Kurbelabzieher wieder ganz hineindrehen und anschließend mit dem Schraubschlüssel noch etwas festmachen. Und dann den Dorn wieder hineindrehen, dass sich die Kurbel mit der Kurbelgarnitur löst. Auf dieser Seite müssen wir jetzt natürlich die Kette auch noch runter machen. Hierfür von hier hinten beim Schaltwerk das vordrücken und schon können wir unsere Kurbelgarnitur von der Kette lösen. Und somit ist diese auch schon richtig ab. Nun können wir unsere neue Kurbel mit der Kurbelgarnitur auch schon wieder einbauen. Hierfür dasselbe Spiel einfach andersrum. Ich schaue jetzt, dass ich das alles hier mal meine Kette leicht einfädeln kann. Das ist jetzt auch schon geschehen. Gebe meine Kurbel hier drauf. Das kann sein, dass man hier etwas rumpopeln muss. Und es ist auch schon geschehen. Jetzt hat die Schraube hier einbringen. Zuvor diese auch wieder leicht einfetten. Hat einfach den Sinn, dass sie bei der nächsten Demontage wieder um einiges leichter abgehen wird. Dann zuerst einmal schauen, dass sie per Hand anpackt. Und nun mit den Imbusschlüssel noch schön festdrehen. Immer daran denken, nachfest kommt ab. Also das hier sollte auf jeden Fall reichen. Und meine Schutzkappe natürlich auch nicht vergessen, wieder einfach drauf zu stecken. Auf der Seite hier geht es sogar noch leichter. Wir müssen nur darauf achten, dass meine Kurbel hier natürlich 180 Grad zur Gegenseite verdreht ist. Dass wir danach auch wirklich schön drehen können. Denn alles andere würde keinen Sinn machen. Auch hier die Schraube wieder zuerst etwas einfetten. Das sollte jetzt auch schon reichen. Schauen, dass sie per Hand anpackt. Dass das Gewinne nicht irgendwie kaputt gehen kann. Ist jetzt auch schon geschehen. Und dann wieder mit meinem Imbusschlüssel hier schön festdrehen. Die Schraube ist jetzt auch schon wieder fest. Imbuss entnehmen. Schutzkappe drauf stecken. Und dann testen wir einfach mal den Leerlauf. Und ich würde sagen, das schaut schon gut aus. Auf jeden Fall, um auf Nummer sicher zu gehen, würde ich das Fahrrad jetzt natürlich auch noch draußen auf der Straße einmal testen. Doch somit haben wir auch schon unsere Kurbel mit der entsprechenden Kurbelgarnitur ausgetauscht. Und sind damit fertig. Wenn du dir für zu Hause jetzt so einen Kurbelabzieher, einen Imbusschlüsselsatz, Gewindefett oder vielleicht sogar gleich eine neue Kurbel mit der entsprechenden Kurbelgarnitur zulegen möchtest, dann empfehle ich dir hierfür Amazon. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra ein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersiedeln hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.